Dr. Harriet, eine Notärztin aus Großbritannien, hätte nie erwartet, dass die 20-jährige Katze ihrer Mutter, Ichi, zu einer Internetsensation werden würde. Aber das Leben überrascht uns oft, besonders wenn es um die Widerstandsfähigkeit unserer pelzigen Gefährten geht. Ichi, eine ehrwürdige Katze mit trüben Augen und wackeligem Gang, war mit Demenz und Arthrose diagnostiziert worden. Zustände, die selbst den stärksten Geist herausfordern würden. Doch diese bemerkenswerte Katze trotzte allen Erwartungen und klammerte sich mit einer Beharrlichkeit ans Leben, die Herzen auf der ganzen Welt berührte. An einem gewöhnlichen Morgen, als Ichi durch den Raum tappte, um ihre geliebte Menschenfreundin um Streicheleinheiten zu bitten, hielt Dr. Harriet den Moment auf Video fest. Sie ahnte nicht, dass dieser einfache Akt der Liebe eine globale Diskussion über Katzendemenz entfachen würde. Das TikTok-Video explodierte förmlich und erreichte in wenigen Tagen über 6,6 Millionen Aufrufe. Die Zuschauer waren fasziniert von Ichis unerschütterlicher Hingabe und schockiert zu erfahren, dass Katzen wie Menschen an Demenz leiden können. Als die Kommentare einströmten, fand sich Doktor. Harriet plötzlich in der Rolle einer Aufklärerin wieder. Sie erklärte die verräterischen Anzeichen des kognitiven Verfalls bei Katzen, das verwirrte Miauen bei Sonnenaufgang, die Desorientierung, die sich am Morgen zu verschlimmern schien. Aber inmitten der klinischen Details kristallisierte sich eine kraftvolle Botschaft heraus. Liebe kennt keine Grenzen, nicht einmal die, die durch Alter oder Krankheit gesetzt werden. Harriet teilte Tipps zur Pflege von älteren Katzen mit Demenz und betonte die Bedeutung sanfter Interaktion und einer stabilen Umgebung. Sie zeichnete das Bild eines verwandelten Zuhauses. Nachtlichter, die Ichis mitternächtliche Wanderungen leiteten. Sanfte Musik, die ihre ängstlichen Momente beruhigte. Und sorgfältig platzierte Katzenklos, die ihre Würde in den Twilight-Jahren sicherten. Aber dies war nicht nur eine Geschichte über den Verfall. Es war ein Zeugnis der Freude, die selbst unter schwierigsten Umständen gefunden werden kann. Harriet erzählte den Zuschauern von Ichis Momenten der Klarheit, dem schelmischen Glitzern in ihren Augen, wenn sie im Waschbecken spielte, dem zufriedenen Schnurren, wenn sie in der Wärme des Schoßes ihres Menschen lag. Als sich die Geschichte verbreitete, berührte sie eine Seite bei Tierbesitzern weltweit. Viele teilten ihre eigenen Erfahrungen mit alternden Gefährten und schufen so eine Tapisserie aus Liebe, Verlust und unerschütterlicher Hingabe. In einem aktuellen Update enthüllte Harriet, dass Ichi zwar etwas Gewicht verloren hatte, ihre Augen aber nach wie vor hell leuchteten und ihr Geist ungebrochen war. Es war eine ergreifende Erinnerung daran, dass angesichts von Widrigkeiten die Bindungen, die wir mit unseren tierischen Gefährten teilen, sogar noch stärker werden können. Ichis Geschichte inspiriert weiterhin und erinnert uns alle daran, dass jedes Leben, egal wie klein oder gebrechlich, wertvoll ist. Sie fordert uns heraus, über die Oberfläche hinauszuschauen, Schönheit in den Twilight-Jahren zu finden und jeden Moment, den wir mit unseren geliebten Haustieren haben, zu schätzen. Was denken Sie über Ichis Geschichte? Haben Sie Erfahrungen mit der Pflege von älteren Haustieren gemacht? Wir würden gerne Ihre Gedanken und Geschichten in den Kommentaren unten lesen. Vergessen Sie nicht, das Video zu liken und zu abonnieren, um mehr herzerwärmende Geschichten über tierische Gefährten zu erhalten. Und teilen Sie dieses Video, um das Bewusstsein für Katzendemenz zu verbreiten. Gemeinsam können wir einen Unterschied im Leben unserer pelzigen Freunde machen.